Hallo, hier ist Sion, gemeinsam mit Nummer 2, der sich gerne anschauen möchte, wie ich die Welt rette in Let's Play Tales of Symphonia. Wir sind alleine, wir sind nur noch Leute, aber sind wir in der Lage, Colette zu retten? Hoffen wir, dass das Opfer der Leute nicht umsonst waren, die sich hier geopfert haben, aber schaut mal hier. Oh shit. Von hier aus geht es nur noch in eine Richtung weiter. Ja, aber wir haben eh keine Wahl. Oh shit, 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 oh, oh fuck. Nein. Ich bin erstmal ein Stückchen weiter links gelaufen, wa? Äh, ich bin nicht tot. Ah, ich bin alive. Aber wie? Das Schnee-Bunny, das Colette mir gab. Sie hat mich protektiviert. Unglaublich. Colette, ich komme für dich. Hör einfach an. Ja, ihr müsst das Item nicht ausrüsten, damit das passiert, aber ich, ich finde, das ist ein schickes Ding und deswegen habe ich es. Ah gut, hätte ich gewusst, dass hier ein Save-Point ist, hätte ich wohl lieber hier gespeichert, aber gut, Schott, was ist das denn? Ein Schwert? Was ist das denn? Ist das ein Kind von Trapp? Und was ist das Ding? Verdammt, es gibt keine Zeit, um mich zu bemerken. Ich habe eine Rescute Colette, für alle. Ich habe im Namen aller, die die letzten zwei Tage gestorben sind. Oh mein Gott. Sehen Sie sich aber schon irgendwo eben nicht. Was heißt, sie ist fertig? Oh mein Gott. Und die Epic-Mucke gespielt. Schau mal, wer wieder da ist. Leute, wie... Du bist okay? Ich habe gesagt, ich würde nicht das Haupteventen missen. Du wolltest nicht die gleiche Angst, wie ich mache, richtig? Ich kann es nicht missen, die neue Welt zu sehen, die jetzt zu sein wird. Ich kann es trotzdem kämpfen. So lange, wie ich kämpfen kann, werde ich bei deiner Seite bleiben. Sehr gut, oder? Jeder. Okay, wir haben alle ihr Versprechen gehalten und sind doch noch mal wiedergekommen. Ich meine, wer hat wirklich geglaubt, dass sie auch nur einer sterben würde, hä? Kill' sie! Oh, dann. Oh, Pronima möchte eins aufs Maul. Mythos möchte nicht mal selbst kämpfen. Dann würde ich sagen, kriegt sie jetzt das härteste Ass-Whooping, was sie in ihrem Leben jemals gefressen hat. Bist du soweit? Mhm. Na dann, let's go. Versuch dein Glück. Und, ah, Moment. Äh, wir sollten vielleicht vorher zumindest auf sie ein magisches Auge werfen. Die anderen beiden, die sterben eh zurück. Aber ich finde es auch super, dass hier die heroische Mucke weiterläuft. Bisschen schade, dass es für Pronimas Kampf genommen wird, aber die Mucke passt halt super. Und ich, ich liebe es, dass es hier, ups, dass es hier die, die Gameplay-Mucke nicht, also die normale Boss-Mucke nicht überschreibt. Sehr, sehr, sehr nice Touch hier. Aber gut, Pronima ist doch der zweite Kampf gegen sie wohlgemerkt. Ja, wie, ja, diesmal ist sie aber auch deutlich stärker mit ihrem komischen Support dann da. Komm, äh, shit, Rain. Vielleicht machst du mal Energietabletten, das geht schneller. Sauber. Solange China, äh, China sei schon Rain in Ruhe. Okay, der erste ist down. Dann kümmere ich mich jetzt um Lena. Ach, komm. Was ist das für ein Sensen, Mann? Du hast sie da hinten. Okay. Sauber. Komm her, komm. Nee, 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 nee. Ich halte sie auf. Oder nicht. Sauber. Mhm. Komm schon. Ich hab sie. Leg dich hin. Ach, die legt sich nicht hin. Ah, Mensch. Nur so nebenbei, Rain kann einige Zauber lernen wie Darksweer, glaube ich. Aber dafür müsste sie auf S-Typ sein. Und ich glaube, sie kann auch Holy Lance lernen auf S anstatt Ray. Aber da bin ich gerade nicht ganz sicher. Äh, immer noch nicht. Ja, shit, ich hoffe, du verreckst jetzt nicht. Genehm deiner Schwester da. Ups, genau deswegen. Nee. Oh, fuck. Komm. Fuck. Scheiße, langsam ist. Fuck. Wir müssen nur den da außer Gefecht setzen. Und dann ist es schon relativ easy. Oh, fuck. Ja. Purgatory, du bist ab. Hm, komm schon, Ferrik. Bitte. Ah. Komm, wie lange lebt denn der Zweite hier? Es reicht jetzt langsam. Sauber. Sauber. Und China wird sie zurückholen. Und du hast noch 39.000. So, gut, jetzt kann sie auf den Arsch bekommen. Ja, das Problem ist, gegen Darksville kann man sich nicht schützen, indem man wegrennt. Man muss schon rechtzeitig den Block machen und quasi hoffen, dass es auf einen selber geht, ne? Und genau das hoffe ich halt nicht. Aber gut, jetzt kriegt Pranima so richtig auf den Arsch. Nee, 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 nee. Sauber. Einlegen. Und. Okay, das funktioniert gegen sie nicht, weil sie nicht auf den Boden klatscht. Oh. Oh, shit. Das war gerade richtig dicker Damage. Hast du noch? 32.000. Ah. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Och, echt. Komm schon. Scheiße, ich muss weg. Hahaha. Oh, Vorsicht, Sprat. Nee, Eis-Tornado. Weg. Vorsicht. Weg. Oh. Zum Glück. Zum Glück nur einmal getroffen. Und da hat Sheena sich genau rechtzeitig geheilt, ey. So, jetzt komm her, du blödes Ding. Komm, Sheena, weiter. Gut, dass wir Raiden im Kampf haben, ne? Ja. Wäre sonst übel geworden, glaube ich. Ich lebe noch. Och, komm. Komm. Mensch. Mensch. Acid Rain, Abwehr runter, ne? Ist nicht so wild. Wir haben ja Raiden. Komm schon. Komm schon. Sheena, Sheena, greif an. Sauber. Sauber. Sheena. Ah. Shit, 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 shit. Weg. Ah. Ah, da. Du hast mit einem verdammten Lebenspunkt überlebt. Ich warte lieber. So. Weil ich mir schon dachte, dass es auf mich geht. Komm, Sheena, greif an. Sheena. Sauber. Sheena, es muss aber besser kommen, ja. Dein Kombo ist viel zu langsam und zu schwach. Es bringt echt nicht viel. Gut, das ist nicht auf mich, oder? Nee, richtig. Komm, die Wölfe zurück. Hm. Oh, wow, 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 wow. Ich hab sie. Hoffentlich. Mit 12.000. Scheiße. Nee, ich konnte dich leider nicht mehr retten. Leider nicht. Ich war noch nicht mehr am Wohnen. Hm. Ich glaube, Rain braucht auch manch, äh, so langsam, ein Ananas-Scale. Hm, Elcetrain schon wieder? Nee, Bloody Lens. Oh, Bloody Lens ist böse. Ja, ja, ja. Moment, ich lass Sheena mal so. Ja, Sheena, sag ich schon. Die beiden sollen mal lieber Wiederbelebung casten jetzt. Gut. Na. Oh, Rain, muss ich dir echt sagen, dass du deinen Bruder zurückholen musst? Wo ist es denn? Resurrection. Bitte. Hm. Hm, nee. Nicht mit mir. Ja, sieht aber aus wie Judgment, ne? Oh, danke. Komm, bleib einfach stehen, du blödes Ding. Sauber. Sauber. Komm, sauber. Echt? Du kannst dich trotzdem warten? Nee, 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 nee. Und du einfach weiter casten, weil es dir egal war, ja? Ach, komm her. Komm her. Kannst gleich weiterballern, weil sie hat keine Unverbundbarkeitszeitspanne danach. Oder nicht? Und der ganze Text hat gar nicht auf den Bildschirm gepasst. Das ist das. Easy. Und ihm ist so scheißegal, wir haben gerade hinter ihm gekämpft. Und er schaut nur seine Schwester an. Es tut mir leid. Bitte, hilf mir. Oh, sie ist fertig. Shit. Ich habe erledigt. Martell ist wundern. Logik, Dressel. Mythos, bitte. Mythos. Nur meine vorherigen Kumpanien können mich bei diesem Namen nennen. Geh aus meiner Sicht. Oh, shit. Hat sie umgebracht? What the fuck? Das ist so krass. Ist Martell jetzt echt wieder da? Und Colette ist weg. Und er ist nicht wahr. Ich weiß. Die Frau, Sie sind endlich wieder von mir. Nein. Colette. Das kann nicht wahr sein. Mythos. Was hast du gemacht? Martell? Oh, du sagst mein Körper. Ich habe meine Verstattung für eine Art zu befinden den Liedern von Crucius. Warte mal einen Moment, ich werde wieder auf meine eigene Form verändern. Nein, Mythos, nicht so. Ich habe das ganze Zeit gesehen. Ich konnte nicht mehr動men, nicht mehr tun. Ich habe gesehen, all diese schuldige Dinge, die du hast getan. Hast du alles vergessen? Wir verraten die Angelegenheit. Wir haben eine Welt, wo Menschen, Elf und die zwischen uns leben können in Harmonie leben. Was hast du gesagt? Das, nach all den Problemen, in der ich vorbereiten einen neuen Körper für dich? Ich verstehe, du nicht magst das, oder? Mythos, bitte, hör auf mich. Das, was du hast, ist falsch. Das ist nicht das, was wir für. Das ist falsch? Du hast mich verraten? Nein, ich will, dass du dich erinnerst. Bitte, stopp' das, und dann wieder deine alte Selbst. Martell? Auch du mich verraten? Nein, Martell nie sagen würde so etwas wie das. Ich will das nicht verraten. Hast du mich gehört? Ich will das nicht verraten. Ich will das nicht verraten. Hast du mich gehört? Was machst du denn? Wie? Was willst du denn? Was machst du denn? Ich will das nicht verraten, wenn wir dich von dir auskennen? Zellos, ich wusste, dass du uns zurückkommst. Entschuldigung, das alles. Es war der einzige Weg, dass ich meine Hand auf das. Hier. Was hat er sich geschnappt? Refin' das mit Dwarven-Arten. Und es wird sogar ein Mensch das Eternals-Sword nutzen. Du... Hast du gesagt, du hast alles gemacht, nur um das zu bekommen? Das ist richtig. Das ist richtig. Dieser dummer Dich von uns auskennen. Das ist richtig, dass ich dich gesehen habe. Ich habe dich zurückgebracht, lange. Ich dachte, dass ich zumindest etwas wie das machen würde, um es zu machen. Wenn du das mit uns zu machen würdest, hurry auf und kämpft! Du hast es geschafft! Verdammt, du! Gib mir meine Freundin zurück! Tschüss, Mythos. Das ist mein letzter Wille. Bitte. Gib mir diese schwarze Welt zurück in ihre originelle Form. Nein! Martell! Geh nicht! Wenn Dinge so enden, werden die Elfen nicht verlassen, Darius Karlon. Wenn sie nicht, werden die Leute wie uns nie geboren. Das war's. Das war's. Das war's. Und der bildet sich auch schon Sachen ein, ja. Nethos? Mit dem Ding? Aber das... Das ist nicht cool. Hey, Colette ist wieder da. Jetzt wieder... Na da, ne. Lloyd, du verstehst, oder? Wenn wir die große Siede verlieren, werden wir die Hoffnung der Renegade verletzen. Und wir von Mizuho auch nicht stehen. Without it, das gigante Baum wird nicht sein. Zur Sicherheit, Lloyd, weißt du das überhaupt? Wenn dein Ziel ist die Reunigung der Welt, dann... Ich weiß, wir werden Mithos mit allem, was wir haben. Los geht's! Los geht's! Ich werde dich nicht interferieren lassen. Na, was kommt jetzt? Willst du einen aufs Maul? Ich werde dich alle töten! Ja, versuch dein Glück. Können wir unser Team nochmal neu formieren? Dankeschön. Das heißt, wir können jetzt wieder Zellos reinswitchen für Genus. Und können auch die Ausrüstung wieder anpassen. Danke dir, Genus. Soll ich der Heider sein, oder? Traust du dir das echt zu? Wir haben nicht so viele Wasser des Lebens. Also China bleibt drinnen. Dann hol Priscilla noch rein. Da anstatt China? Nee. Bist du sicher? Ja. Dass du dir das zutraust mit... Wie viel haben wir? Neun Wasser des Lebens, ne? Schaffen wir. Du glaubst, du bist in der Lage, dass du... Ich möchte den Kampf nicht nochmal machen. Den müssen wir nicht machen, weil du mich dann nochmal meine Attacken machen lässt. Ich vertraue dir. Okay, ich vertraue dir. Du sagst, du packst das. Dann muss sie aber auch ihr Feuereitem droppen. Dann kriege ich das scheiß Ding, dass ich schneller zaubern darf. Das kann ich dir gerne auch geben. Und noch das scheiß Ding, dass wir mehr Geld kriegen. Das hast du. Nee, das hat China. Ah, okay. Dann habe ich China's weggenommen. Dann musst du den Smartdrang droppen. Ja, ich habe keine Punkte. Okay, Moment. Dann muss ich das hier wegnehmen. Gib hier mal kurz irgendwas. China kann auch wiederbeleben, ne? Ja, China kann wiederbeleben. China kann wiederbeleben, das stimmt. Allerdings halt nur mit null Lebenspunkten. Das ist ja egal. Ich kann schnell First Aid zaubern. Mystisches Symbol. Hast du bitte schön. Dann haben wir noch neue Waffen natürlich bekommen für dich. Äh, nicht Waffen. Schild. Und Rüst... Ne, Rüstung nicht für dich. Kopf auch nicht. Schild. Sternschild. Zwei Punkte. Zwei Punkte sind zwei Punkte. Ähm... Die anderen Ausrüstungssachen check ich später. Aber dann... Schau dir mal kurz an. Was willst du denn anders haben? Ähm... Mach mal... Ah ja, du hattest ja... Super Lightning Blade. Ja, aber mach einfach alles weg. Soll ich es einstellen? Ja. Dann mach es wie ich es mache. Stufe 1. Nach vorne Stufe 2. Nach unten Stufe 3. Und zur Seite... Für dich eigentlich noch ein Stufe 1 anscheinend. Ne, 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 ne. Dann mach ich hier... Äh... Lightning Blade. Und hier noch ein Stufe 1. Damit du zwei verschiedene Stufe 1 nehmen kannst. Ich benutze immer nur Demons hin. Dann... Hellfire vielleicht. Äh... Gut. Äh... Dann brauchst du anscheinend beide Heilungszauberer. Genau. So, bitteschön. Okay. Dann, let's go. Ich benutze aber sofort... ...ein magisches Auge, ne? Ja. Warum kannst du nicht die ideale Welt, die ich erwischt habe? Wie kannst du die Welt ideal sein, wenn du mehrere innen Menschen gebetet hast? Okay. Wir werden sehen, ob wir in der Lage sind, den zu schaffen. Ich... ...hoff es. Los geht's. Hopp. Wir leben noch gut. Ja, der haut gut rein, ne? Block ihn doch einer. Weg, 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 weg. Ray, weg. Ich versuche ein bisschen mit Items mitzumachen, ne? Weiß du nicht. Sicher? Weiß du nicht. Ich weiß nicht. Nur ganz rot. Holylands. Zur Sicherheit. Komm, 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 komm. Hilf mir noch, Rainer. Gut. Sauber, sauber, sauber. Ah, fuck. Der fliegt aber um. Gut zu wissen. Selbst von Niemann ist nicht unbefallen, ne? Na komm. Oh, fuck. Block. Leute, zurück. Leute, zurück. Leute, zurück. Ich... Ich bin ganz, ganz vorsichtig. Weil, wenn... Oh. Weg, weg, weg. Thunder Arrow. Ich hab dich. Angreif. Mit dem Bitch-Slapp hier haut er euch aber ordentlich weg. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Zauber. Ah. Ah, fuck. Ah, der haut wirklich nicht so stark rein, oder? Oh. Ich bin ein bisschen überrascht. Scheint er doch... ...gut hinzukommen. Um ehrlich zu sein. Um ehrlich zu sein, war ich nicht sicher. Oh, Sheena. Sheena, 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 Sheena. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Summonen wir heute mal Light. So. Yeah, Luna. Okay, toll. Ah. Und... Oh, oh. Ne, 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 nicht mit mir. Ist okay. Wir machen einfach den. Irgendwas wird schon funktionieren hier. It doesn't work. Okay, Lightning funktioniert nicht gegen ihn. Oh, wow. Shit, 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 shit. Holy Lands. Oh, fuck. Ausweichen. Ich... Okay, es hat noch irgendwo geklappt. Ich baue sowieso ein Wunder-Gill. Ich baue es mich nicht ein, weil ich baue auch TP. Dann war das schon grad die einfachere Methode für mich. Okay, und die Cats kommen deutlich schneller raus, oder? Ich habe ja gesagt, wir kriegen das Item noch. Weil das ist wirklich eine Menge wert. Was? Ne. Nicht mit mir. Oh, shit. Hast du sie noch? Ah, gut. Wie hatten wir noch? 28.000. Das ist schon mehr als die Hälfte durch. Nice. Hm. Ich helfe mal lieber. Bei so großen Sachen helfe ich lieber mit. Oh, du Wichser. Weiß... Nee. Ja. Das war, weil ich halt unbedingt jemanden wiederbeleben wollte, ne? Okay. Hast du eine große Heilung grad? Nein. Okay. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Dieses Lasergedöns... Na gut, ich hoffe mal, dass sie mich kurz wiederbeleben kann. Ist vielleicht sinnvoller. Komm schon. China, rette mich. China, rette mich. Danke. Schon wieder ein Kraftschub? Nein. Ohne Lebenspunkte. Energietabletten haben wir noch? Ja. Oh. Okay. Nee. Ich hole sie mal zurück, weil China müssen wir ja wiederbeleben, logischerweise. Okay, sauber. Weg. 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 Hm-hm. Nee, China müssen wir wiederbeleben. Das ist halt die Kacke hierbei, ja. Scheiße. Jetzt geht das los. Ich glaub's, sie holt mich. Ja, sauber. Energieabletten schnell. Ah, komm. Es wird jetzt bisschen, bisschen, bisschen schwerer grad, ne? Ne, ich lass China das machen. Ja, China, du holst wahrscheinlich Prisea. Sauber. Ich heil mich selbst. Der will's halt wirklich auf die ganz harte Tour her. Diese Attacke ist so scheiße. Bist du hier sicher? Ja. Ich vertraue dir. Ich hab's über... Du nicht. Es wird jetzt wirklich knapp, ne? Ah, du bist wieder da. Ah. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber du brauchst auf jeden Fall erstmal was. Ausgerechnet. Nicht mit mir. Und dann doch. China, heil dich mal selbst. Es wird ein bisschen knapp jetzt. Sie holt mich... Timestop. Oh, shit. Oh, shit. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Gut. Gut. Hauptsache es ist aufsplitten. Weil... Hast du ja gesehen, ne? Muss ich nichts zu sagen. Komm, China, hol mich. Okay. China holt mich nicht. China. Shit. China, geh weg. Okay, China, belebt mich mal einfach. Das geht schneller. 14.000 auf. Komm, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn nicht. Weg hier. Weg, 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 weg. Es fehlt auch nicht mehr viel. Ich pass jetzt wirklich auf, ja. 11.000 noch. Oh, China hat nochmal einen Kraftschub. So. China, du, 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 Masters. Okay. Technik. Wen rufen wir? Äh, ich weiß nicht. Rufen wir... Darkness. Mal rufen wir Darkness. Nicht mit mir. Hm. Sauber, sauber, sauber. Nein. Äh... Sei los. Sauber. Komm, komm, komm. Haut doch drauf, Leute. Wie hast du noch? Tausend! Nee, 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 nee. Shit, shit, shit. Wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch. Jetzt gibt ihn, bringt ihn um. Wer den letzten Schlag macht, kriegt, weiß ich nicht, einen Erfgem. Ich bin tot. Ich war den letzten Schlag. Oh, sei los, kriegt keine Erfahrung. Bruseya zu verdanken, ey. Blöko. Komm, ich schau. Ich wollte die freiwilligen mit dabei haben, Blöko. Shit. Ich hätte dich halt noch schnell geheilt, aber ich habe leider Sterne gesehen und ja. Ich weiß nur, weil du mich gerade so gehetzt hast. Wir haben es echt hinbekommen, ja. Mitos hat verloren. Und er ist down. Mitos ist echt gekillt, ne? Ja. Es ist vorbei. Ist es? Die Welt sind noch verletzt, der große Brot hat noch nicht verletzt. Was genau ist es, wenn es vorbei ist? Gute Zeitung. Ich wollte dir etwas fragen. Was war es, was du in Mythos gesehen hast? Warum hast du ihm geholfen, seine Origin zu verletzen? Mythos war mein Freund und ein wertvolles Freund. Ist das genug? Du schuldigst du alles, was jemand macht, egal wie schuldigst du? Nur weil er dein Freund ist? Ich habe keine Chance, um mich weiter zu erklären. Wenn du willst, um die Origin zu verletzen, musst du mich verletzen. Kratos, warte! Ich werde dich warten, bevor du siehst. Lloyd, wir gehen erst mal zurück, okay? Wo hast du gelernt, wie man als Mensch das ewige Schwert führt? Achso? Die Abtrünnigen? Oder Research? Heimdall? Aha. Ah, okay. Wir haben zumindest unsere Leute wieder zurück. Aber, Mattels Erinnerung? Ja klar, sie war ja in Colette drin, ne? Schade, dass es dazu nicht ein Terrorshop-Spiel gibt. Stell dir mal vor, wir könnten dann ein Spiel spielen mit Kratos, Yoen, Mythos und Mattel. Schlag es dir vor. Als ob die das machen würden. Aber es wäre halt bestimmt ganz cool. So wie man es sich in Final Fantasy X halt wünscht, mit Braska rumzurennen und jacked und so. Ah, naja. Ach, Coletto. Wo kommt diese Gefühle? Woher? Ich glaube, sie wäre bereit, sich zu öffnen, um die Welt zu retten. Wer weiß. Ich meine, allein noch, wie sie gestorben ist, haben wir alles nicht gesehen, ne? Naja. Wer weiß. Aber das ist wirklich ein wunderbarer Punkt, um einen Schnitt zu machen. Ob wir beim nächsten Mal schon versuchen werden, Kratos Siegel zu brechen? Ja, Salos ist tot. Es war aber schon fies von ihr, dass sie nicht abgewartet hat, dass du wieder lebst. Aber ich kann es nicht ändern. Ich habe auch gelauert, dass die am Leben bleiben. Du wolltest sie lieber, anstatt Rain. Nie wieder kommt die mit. Aber gut, ich würde sagen, das ist alles für heute. Ich habe ein Zimmer verwohnt. Weiter geht's. Beim nächsten Mal in Terzahsiafonia. Mach ich weiter. Nein. Übernicht nie. Okay, dann nicht. So, ich glaube, das ist auch der Safe, denn ich bin gerade gar nicht mehr sicher, welcher... Ich speichere einen neuen, ich bin nur sicher gehen, dass ich nicht diesen optionalen safe löschen. Mach mal Neues. Bis dahin! Virginia war auch über dich, in der legendären Land von Silveront. Wahrscheinlich werden die halbe Elfen frei von Diskriminierung sein. Ich will sie, dass sie glücklich sein werden. Das ist, was sie gesagt hat. Ich habe genug gehört. Ich habe hier die Virginieinia-Diaries safe gehalten. Du kannst es auch immer wieder holen, wenn du es selbst entscheiden willst. Du kannst es.